Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Mein Name ist Thomas und ihr schaut Voodoo.de.vr. Die nächste Episode meiner VR und AR Weekly News. Wir sind in Kalenderwoche 35, 2023. Ja, wie sieht es mit dem Wetterbericht aus? Ich bin einverstanden. Ja, das ist aushaltbar. Ich brauche die Klimaanlage auch nicht laufen lassen. Ein bisschen Regen, das passt auch. Für VR ist das ja immer gut. Also im Prinzip freue ich mich über Regen. Bin ich wahrscheinlich einer der wenigen. Aber ja, gut, so ist das halt nun mal. Es gibt wieder alles zum Thema VR und AR. Hardware, Spiele, Releases und Sales. Danke meinen Sponsoren, Voodoo's VR, Off-Mand-Events und Virtual Escape. Viel Spaß mit dem Video und los geht's! Ja, für No Man's Sky gibt es jetzt ein sehr, sehr großes Update für die PlayStation VR 2 Version. Und zwar nennt sich das Echoes mit der Nummer 4.4. Was bringt das? Die mit Abstand größte Änderung ist der Support von dem sogenannten Dynamic Foviated Rendering. Das bedeutet, wir benutzen das Eye-Tracking der PlayStation VR 2. Und nur da, wo wir gerade hingucken, also wenn wir jetzt hier oben in die Ecke schauen, genau an diesem Punkt wird das Bild in der maximalen Auflösung gerendert. Alles andere wird nur mit schlechterer Auflösung gerendert. Warum ist das so? Nur da, wo wir hingucken, haben wir ja überhaupt das menschliche Auge, quasi die beste Qualität. Alles andere sehen wir sowieso nur peripher. Und dadurch kann man halt sauviel Performance sparen. Und das hat jetzt natürlich im Resultat, dass das Ganze viel besser aussieht. Und das war ja vorher immer so ein bisschen verschwommen und alles. Und jetzt sieht das halt einfach viel besser aus. Und das ist natürlich wichtig, weil die PlayStation VR 2 hat ja eigentlich so ein gutes Display und alles. Aber wenn halt das Spiel nicht gut aussieht, bringt das alles nichts. Und jetzt sieht das halt besser. Das sieht man hier in diesem Bild ganz gut. Hier, wo dieser Kreis ist, da sieht es gut aus. Und hier zum Beispiel dieser Baum, der ist schlechter gerendert. Wir selber kriegen das nicht mit, wenn wir das zocken. Aber so kann man halt viel mehr Performance sparen. Und dann gibt es aber auch noch so ein paar andere Änderungen. Es kommt zum Beispiel eine neue Rasse rein. Die Autophage, ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Das ist so eine Roboter-Zivilisation quasi. Dann gibt es noch Piraten, die im Weltraum rumcruisen. Ja, und das ist natürlich ein geiles Update. Auf jeden Fall. Habt ihr es schon ausprobiert? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Dass es schon smarte Kontaktlinsen gibt, das wisst ihr vielleicht schon. Das habe ich ja auch schon öfter mal erwähnt, ab und zu in den letzten Jahren. Und jetzt gibt es was völlig Abgefahrenes. Und zwar aus Singapur entwickelt man gerade Augmented Reality-Kontaktlinsen, die ja natürlich irgendwelche Informationen in der echten Welt anzeigen können. Und man wundert sich natürlich immer, wie zum Geier kann man die aufladen. Und hier ist es so, dass man die Akkulaufzeit verlängern kann durch menschliche Tränen. Das ist ja crazy, oder? Wie das jetzt genau funktioniert, um Gottes Willen, das geht glaube ich sehr in die Details rein. Das würde ich wahrscheinlich auch nicht verstehen. Aber das ist natürlich mal richtig krass. Also die lädt man trotzdem auch noch normal auf. Aber so wie ich das verstanden habe, kann man bis zu vier Stunden Akkulaufzeit drauf rechnen, wenn mit den Tränen halt, wenn die Tränen benutzt werden. Also ihr müsst jetzt nicht heulen die ganze Zeit. Das ist nicht so, ihr müsst euch nichts Trauriges vorstellen. Weil wir haben ja aber sowieso Tränen in den Augen, also die Feuchtigkeit quasi. Und ja, damit wird das halt quasi aufgeladen. Und ja, hier sieht man, wenn ihr euch dafür interessiert, könnt ihr euch mal hier dieses Bild angucken. Ja, da geht es dann hier um Oxidized, weiß der Geier, Wasser und Sauerstoff und all so ein Zeug. Glucose-Oxidase, weiß der Geier. Also da bin ich überhaupt nicht im Thema drin. Auf jeden Fall seht ihr, der Akku ist hier leer und dann ist er voll. Und aber bis sowas natürlich irgendwann mal rauskommt, ja, dass man jetzt zum Beispiel irgendwo das auf Amazon bestellen kann, da vergehen noch so viele Jahre, da werde ich wahrscheinlich schon alt und grau sein. Trotzdem geil, was alles entwickelt wird, ne. Wenn ihr euch das mal anschauen wollt, hier ist auch eine Webseite, auch in dem Artikel von BRScout verlinkt. Und das ist echt abgefahren. Es gibt ein neues Update für die Quest-Software und zwar in der Version 57. Das wird ja immer in Wellen ausgerollt. Und jetzt gibt es Beine. Beine. Genau. Und zwar euer Avatar, wie man jetzt hier sieht, hat jetzt Beine. Unglaublich, oder? Ist natürlich dann viel immersiver, ne, wenn andere dich dann sehen und so. Allerdings ist es so, wenn du selber an deinem Körper runterguckst, siehst du die Beine nicht, sondern nur in dem Spiegel, wie man hier sieht in diesem kleinen Video. Und natürlich, wenn andere Spieler dich sehen, dann siehst du die Beine. Ja, jetzt fehlt natürlich nur noch Full-Body-Tracking. Das wäre natürlich geil, wenn das auch noch funktionieren würde. Man hat ja immer gemunkelt. Manchmal gab es so News, dass auch die Kameras, die nach unten schauen, die die Beine sehen können bei verschiedenen VR-Brillen. Und dass dadurch auch das Body-Tracking geht. Ob die das jetzt in die Quest 3 einbauen, glaube ich jetzt nicht. Aber vielleicht machen sie irgendeinen Versuch oder so. Schauen wir mal. Auf jeden Fall kommt ja bald die Quest 3 raus. Und ich bin gespannt. Was mir immer noch auf den Keks geht, das wird natürlich vor allem in dem Horizon Worlds eingesetzt. Und es gibt es immer noch nicht bei uns in Deutschland. Wenn ihr das aufrufen wollt, hier gibt es dann zum Beispiel so eine Seite. Wenn ihr da rein wollt, dann steht da Region Blocked. Also das ist blockiert in unserem Land. Das ist nervig. Ich würde es gerne ausprobieren. Aber ich weiß der Geier, wann die das bei uns bringen. Vielleicht, wenn die Quest 3 rauskommt, ist ja bald so weit. Schauen wir mal. Ja, so lange dauert es nicht mehr, bis die Apple Vision Pro auf den Markt kommt. Das soll ja Anfang nächstes Jahr so weit sein. Und Apple ist natürlich, die sind ja immer am Start. Und die, laut Gerüchten, arbeiten die jetzt schon zusammen mit anderen Firmen für den Nachfolger der Apple Vision Pro. Und der Nachfolger soll ja ein günstigeres Headset werden. Das haben wir ja gelernt. Und deswegen schauen die jetzt sich schon mal natürlich um. Die schauen sich andere Micro-OLED-Displays an. Im Moment, so wie ich das verstanden habe, ist das ja von Sony. Ja, und jetzt schauen die sich zwei verschiedene chinesische Firmen an. BOE und Sia Technology. Das wird dann wahrscheinlich nicht so krass sein, wie das Display jetzt aus der Apple Vision Pro. Weil das ist ja schweineteuer. Also diese Micro-OLED-Displays sind sauteuer. Deswegen wird das dann halt wahrscheinlich eine geringere Auflösung haben, der Nachfolger. Aber dafür wird die Brille insgesamt ja günstiger werden. Und da muss man halt mal schauen, wie groß denn dann der Rückschritt ist. Weil alle, die die Apple Vision Pro schon getestet haben, die sagen, jawohl, das sieht so krass, unfassbar krass aus. Und ich glaube das eigentlich auch, dass das wirklich gut aussieht. Weil da ist ja nur Premium-Zeug drin. Und ich bin gespannt, für wen sie sich jetzt letztendlich entscheiden. Für den Nachfolger, für welche Display-Technologie und welchen Hersteller und so. Ich bin so gespannt. Ich bin vor allem auch gespannt, dass ich dieses Ding dann irgendwann auch mal ausprobieren kann. Junge, Junge. Irgendwann wird es soweit sein. Dann kann ich euch auch mal darüber berichten. Dass ich das selber bestelle, das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Weil so viel Kohle kann ich einfach nicht locker machen. Das ist so dermaßen teuer. Keine Ahnung. Wir schauen mal, irgendwann zeige ich es auf jeden Fall. The Light Brigade. Das war ja so ein quasi Spiel, wo wir random generierte Levels haben. Also zufalls generierte Levels. Und das war so im Großen und Ganzen ganz geil. Aber manchmal hat man auch gedacht, okay, das sieht alles immer so gleich aus und so. Und ja, da fehlt so ein bisschen die Vielfalt und so. Und jetzt gibt es aber ein großes Update. Und da haben wir jetzt zum Beispiel den Engineer als neue Klasse. Ja, und der kann zum Beispiel Drohnen spawnen lassen. Dann gibt es noch den Breacher. Der hat dann eine Shotgun. Dann gibt es einige taktische Items, wie zum Beispiel so eine Leuchtkanone. Und Helme gibt es noch. Gesundheitsbonus und solche Sachen. Ja, und interessanterweise zwischen den prozedural generierten Ebenen gibt es dann auch von Hand designte Levels jetzt. Sehr, sehr krass. Und noch einige Fixes. Also das scheint wirklich ein sehr großes Update zu sein. Kommt auch für alle Plattformen raus. Steam VR Quest 2 und Playstation VR 2. Ob das irgendwann auf der Pico noch kommt, weiß ich nicht. Hoffentlich. Ja, und ja, Update ist natürlich kostenlos und nennt sich Memories of War. Also wenn ihr das Spiel habt, ladet das mal und dann habt ihr auf jeden Fall mehr Vielfalt. Wurde da etwa aus Versehen das Release-Datum der Quest 3 geleakt? Guckt euch mal hier auf dem, man muss ja jetzt sagen X-Post, heißt ja nicht mehr Twitter, von dem Iron Bug VR. Guckt mal, der hat auf Amazon Kanada was gefunden. Und hier sieht man ein Release-Datum. Ist das krass oder ist das krass? Und zwar der 10. Oktober 2023. Ja, das könnte aus Versehen rausgerutscht sein. Das ist jetzt mittlerweile nicht mehr verfügbar. Ja, und wenn man mal so in die Vergangenheit guckt, das passt, ja. Weil soweit ich weiß, ist die Quest 2 und die Quest Pro auch so im, die wird ja dann immer auf der Connect angekündigt. Das wird ja dieses Jahr auch so sein. Wobei die Quest 3 ist ja schon angekündigt. Und dann, das ist ja immer so Ende September und dann so Anfang, Mitte Oktober wird das dann immer verschickt. Und das ist dieses Mal wahrscheinlich auch so, ja. Spricht alles dafür. Also es kann gut sein, dass wir so irgendwann am 10. Oktober dann so die Meldung bekommen, ja, jetzt ist euer Paket verschickt. Ne, ich bin so gespannt. Ich freue mich auf die Quest 3. Ich freue mich sehr, sehr auf die Quest 3. Und ja, dann werde ich euch das Ding mal testen, ne. Also schön abonnieren und am Ball bleiben. Dann kommt nämlich schön viel Quest 3-Content von mir. Zum Glück arbeite ich ja auch mit Meta zusammen. Das heißt, ich kriege auch die ganzen Spiele, hoffentlich vielleicht sogar früher und kann die euch direkt zum Release dann vorstellen. Da bin ich mal gespannt. Ja, so sieht es aus. Was denkt ihr? Stimmt das? Schauen wir uns noch die Releases diese Woche an. Auf Steam VR gibt es Hausflipper Pads VR. Ja, das ist so eine kleine Spielerei mit Haustieren. Ja, da könnt ihr euch mal anschauen. Und dann haben wir Sona Project XVR. Das ist ein Singleplayer-Shooter. Ja, in so ein bisschen düsterer Tschernobyl-Welt, quasi apokalyptisch alles. Dann haben wir Crossfire Sierra Squad. Das habe ich ja schon auf meinem Kanal gezeigt. Ist ein rein rassiger Shooter, wenn ihr da Bock drauf habt. Dann gibt es noch Urbo Dream One. Das ist so ein Mini-Basis-Bauspiel. Ist auch kostenlos oder Städtebauspiel. Dann haben wir Beer and Pea Dreams. Völlig verrückt. Das sieht aus wie ein billiger Shooter, ist aber ein Adventure. Über Bier und Pinkeln. Ich glaube, sowas muss ich mal zeigen auf meinem Kanal. Intergalactic haben wir dann noch. Das ist so Asteroids quasi. Da müssen wir den Space erkunden. Den Weltraum. Und dann noch Rilla Shotgun. Ja, im Retro-Style ballern wir mit Shotguns durch die Gegend. Dann auf der Quest haben wir Swordsman. Das habe ich auch schon gezeigt auf meinem Kanal. Echt cool gemacht. Also tolle Physik-Engine und so. Super. Ja, und auf der Playstation VR 2 haben wir dann auch noch Crossfire Sierra Squad. Da habe ich es ja drauf gezeigt. Ja, von Pico habe ich leider nichts Neues bekommen diese Woche. Ja, und dann schauen wir uns noch die Sales an. Nicht viel diese Woche. Auf Steam haben wir Rainbow Reactor. Kleines Geschicklichkeitsspiel. 80% günstiger. Dann Psychonauts. Ein sehr tolles VR-Abenteuer. 75% günstiger. Lucky's Tale. Super tolles Jump'n'Run. Dann auch 70% günstiger. Und auf der Playstation VR 2 habe ich noch Demeo gefunden. Das kriegt ihr im Moment 20% günstiger. Tolles taktisches Spiel. Ja, das waren die Weekly News diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben. Wir sehen uns beim nächsten Mal in der virtuellen Realität. Haut rein. Ciao. Ciao. Wude. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017